Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Mark of the Ninja. Wir starten hier direkt ins Spiel, damit wir überhaupt keine Zeit verlieren und ich rede total schnell. Und wir sind hier wohl in einem neuen Kapitel in der Hessian-Festung. Keine Ahnung. Kein Schatz zog sich in seine Festung in Europa zurück. Er klimme die Wände und finde einen Weg hinein. Ja, da gehen wir jetzt mal los. Ich fang an für die meisten... Ah ja, und wir müssen upgraden. Wir haben vier Upgrade-Points. Damit werden wir ja nicht wirklich viel... Visiere eine Stange an, während du eine Leiche festhältst und drücke RB, um die Leiche dran zu hängen. Okay. Ja, plausibel. Ähm, ist jetzt die Frage, ob man nicht lieber sich... Wenn sie ausgeworfen wurden... Was? Wenn sie ausgeworfen wurden, dringen sie tief in die Füße von jedem ein, der drauf tritt. Hm, das hört sich nicht so lecker an. Aber genau, das wollen wir ja. Äh, ja. Fertig. Ja. Klick. Was nehmen wir denn da? Ich weiß ja nicht, ob wir Laser haben. Also nehm ich einfach mal Rauch und ich nehm dann mal statt Stachel, nehm ich mal die Neuen und klicke auf Ja. Wie geht's dir? Die Symptome sind erstens, erstens. Sie fühlen sich agitiert, ungewöhnlich agressiviert. Sie sagen, dass es dich schrecklich macht, aber ich bin nicht sicher. Ich habe nie gesehen, dass jemand noch nicht leben, bis nachher zu finden. Ich musste, als ich, noch mehr Inka. Es ist gar nicht so frisch. Es ist glücklich. Siehst du das? Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist unvergültig. Wenn ich das nicht rauskriebe, dann... Ich gehe nach der Sorge und mache es mir selbst. Wir haben den Count zu einem Stronghold in der Europäischen Union. Er könnte sich corneriert, aber bemerkt. Er sitzt auf einer Stockpile von Weapons mit seiner besten Truppe. Oh, es regnet! Der Stadtsrange. Das ist deine letzte Mission. Bleib stark. Das ist der, den ich dich erinnern werde. Wer hat mich nicht gesehen, ne? Ein bisschen laut auf meinen Kopfhörern gerade. Äh, Moment, ich muss doch mal wieder in die... Scheiß ist das laut. Moment, ich muss mal ganz kurz an meinen Kopfhörern hier den Sound leiser drehen. Äh, drehen, sonst... Erschreck mich nicht, du Sack. Sonst höre ich meine eigene Stimme nicht und dann rede ich komisch. Es regnet ins Haus rein, würde ich nur mal so gesagt haben, liebes Spiel. Nein, es regnet natürlich vor dem Haus, ist natürlich klar. Das kann ich mir jetzt irgendwie gerade nicht nehmen lassen. Moment. Entschuldigung, das musste sein. Ich muss auch wieder reinkommen, damit ich hier nicht komische Sachen mache. Deswegen habe ich das. Oh. Schlecht? Ähm... War da oben nicht auch eine? Nein, anscheinend nicht. Oder doch? Verdammt. Und, 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 äh... Nach links, bitte. Oh, leider tot. Den kann ich jetzt aber leider nicht hier drin verstecken, ne? Ne, das ist richtig. So. Die letzten Male hat es ja hier mit dem, mit dem Ninja sein nicht so ganz gut funktioniert. Äh... Scheiße. So wie es hätte funktionieren sollen. So, das wollte ich. Na? Ach, Mist, das wollte ich nicht. Ach, Mist, da hätte ich ja auch oben rum. Ah, naja, gut. Ja, gut, da sind wir jetzt dann halt, ne? Einmal ist halt auch nicht so schlimm. Eigentlich schon, aber naja, was soll man machen. So. Ich gucke hier immer nach Verstecken, aber sieht jetzt hier gerade nicht so ganz danach aus. Und da oben ist ein Lüftungsschatz. Lüftungsschatz. Und da ist eine Zwischensequenz. Deine neue Markung hat deine Szenen erhöht. Konzentriert. Und du kannst alles um dich zu sensen, sogar durch die Wände. Was wäre... Weitsicht? Ach so. Ach so. Ach so. Ach, krass. Was? Was? Aha. Jetzt muss ich den Hebel ziehen, damit sich die Tür da öffnet. Ist ja klar. Sonst wäre doof. Was ist das? Schau an das. Es ist neue Geräte für Karajans Truppen. Sie können nicht ohne diese Toys, um sie zu schützen. Huch. Ich dachte jetzt schon, da wäre irgendein Soldat, aber... Okay. Ist du ruhig, Ratte, Mann. Dummer Ratte. Ratte, 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 Ratte. So. Ab nach draußen. Na, da benutze ich doch meine Wache... Aber bevor wir das tun, gucken wir uns mal die Aufgaben an, die wir erfüllen sollen. Töte geräuschlos alle Wachen in den Katakomben, schleiche dich unentdeckt in die Festung, locke eine Wache mit einem Toten an und töte sie geräuschlos. Aber... Wenn ich eine Wache mit einer Leiche anlecke... Äh... Was hat... Wenn ich anlocke, genau so ist das Wort, wenn ich eine Wache mit einer Leiche anlocke, dann kann ich ja nicht unentdeckt in die Festung kommen, oder? Nein! Da hab ich doch tatsächlich die falsche Taste gedrückt. Ich Idiot. Mann, ey. Na gut. Dann holen wir uns mal hier mit B diese Rolle und dann... Schalten wir mal. Joa, ist doch schon mal gut, ne? So, dich kriege ich jetzt aber. Haha! So, aber... Achja, nö, die Aufgaben haben wir noch alle. Upsala, das wollte ich gar nicht. Egal. Dann können wir mal hier ein paar Punkte abstauben. So, und dann wieder nach oben. Da können wir uns natürlich auch Punkte abstauben. Ich hab grad noch ein anderes Spiel gespielt, deswegen bin ich das so gewöhnt, äh, dass man an den Wänden immer springen muss um hochzukommen. Muss man ja hier gar nicht. So. Und da nach oben wär nicht schlecht. wovend, ne? Hehe! Hehe! He-he! 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 He-he-he! Oh. So, naja, der wäre dann auch weg. Oh, 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 oh. Schleiche dich unentdeckt. Jawoll, endlich mal hier Punkte gekriegt. Das ist ja unfassbar. Die Außenwände, irgendwas. Speicherpunkt. Danke. So, was haben wir denn hier? Irgendwas zum Schieben. Beziehungsweise zum Zielen. Das sollte doch schon reichen, ne? Jawoll. Neues Ziel. Finde einen Weg in die Festung. Na gut, das ist ja jetzt nicht so schwer. Da unten ist wieder so ein Köter. Dann gehen wir... Verdammt. Ähm... Oh Gott. Ah, der riecht mich trotzdem, ne? Stimmt, die Hunde, die riechen einen ja trotzdem die Säcke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Nein! Ach so, aber der hat die Leiche entdeckt. Nur die Leiche. Moment, das war mit Y. Oh Gott, wo... Was? Soll ich denn da dran kommen? Ah, Knarf. Naja, der Hund kann kein Alarm schlagen. Das ist doch schon mal schön. Hund-Nickerchen. Äh, B meine ich natürlich. Nee. Hm. Der... Guckt doberweise mal in meine Richtung. Ja, komm du mal hier. Komm du mal hier. Das ist genau richtig. Das ist genau richtig. So soll das aussehen. Ähm, warum kann ich den jetzt nicht? Na, dann machen wir das halt so, ne? Ja, tut mir jetzt total leid für dich. Aber mit Absicht. So, aus Sicherheitsdrücken direkt mal da oben das Licht ausmachen. Der schläft, das ist ja schön. Ja, gehen wir mal nach unten kommen. Da kann ja nicht viel... Scheiße. Ja, die Lampe ist durchgebrannt. Da brauchst du keine Angst zu haben. Gott, war das knapp. Tja, aber du bist trotzdem tot, würde ich sagen. So, aber das bringt jetzt auch nichts, wenn ich den da... Doch. Bringts. Aber umso besser. Äh, äh. Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Danke. Was haben wir denn hier unten? Bestimmt irgendwie so ein Bonus. Sister. Wusste ich doch. Sei ruhig. Scheiß Ratte. So. Eye of a Ninja. Jo, liebe Wache. Kommen Sie mal bitte wieder hier hin. Dann können wir dich mal schön abmeucheln. Nimm ich hier so und dann tschüss. Oh, das läuft heute gut. Das läuft heute gut. Karajan must have lost his mind if he thinks this crazy setup can keep him safe. Das ist richtig. So, jetzt gucken wir mal kurz an, wie der... Hier müssten wir sicher sein. Ja. Äh, gehen wir mal nach oben. Auch nicht so laut. Ah, hier ist... Mh, war das mit dem Hund, ne? Warte. Y. Ja, da liegt er noch. Vielleicht noch ein bisschen lauter, Stefan. Ist immer gut. Ähm. Okay. Ich weiß nicht genau, wo wir jetzt lang sollen. Anscheinend nicht hier. Fand ich jetzt auch sympathischer da unten. Sympathischer. Dann kann ich mich den Hund, wenn ich... Ne, den Hund... Überquere den... Die... Der... Was? Überqueren der Brüstung. Durchbreche die Festungswände. Oh, ich glaube... Der kann... Ah, der kann gar nicht nach unten riechen. Das ist ja eine schöne Sache. Aber wie... Schlecht. Euch verhalten. Euch verhalten. Euch verhalten. Okay, vielleicht doch oben lang. Ich dachte jetzt, irgendwie können wir den von unten ausschalten. Aber leider nö. Ja, gut. Spaß. Never ever. Arschlecken. Aber ich sollte ja auch als Ziel jemanden mit der Leiche anlocken. Ah, 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 ah. So angelockt ist es. Ach so. Ja, doof jetzt. Ja, also, okay. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass der ja dann die Wachen ruft. Na ja, gut. Da kann man ja auch, man kann ja auch nicht immer gut sein, ne? Das ist doch klar. Wollte ich jetzt auch. Ich wollte auch mal einen Fehler machen, damit das hier nicht so... Sonst ist es ja auch total langweilig, wenn man hier immer alles richtig macht. Ach so, ich stand gar nicht dahinter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, leck mich doch. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt... Oh, tot. Ob wir jetzt hier lang müssen, oder ob hier jetzt ein Secret ist, oder andersrum. Naja, hier ist ein Secret. Umso besser. Die Stimme... Kann das sein, dass... Kommen wir das jetzt nur so vor, dass die Stimme sehr leise heute mal. Aber ich habe hier nichts dran geändert, eigentlich. Ja, weiß ich auch nicht. Gehen wir mal raus. Spiel fortsetzen. Dachte jetzt vielleicht, kann man hier noch... Aber geht nicht. Der lebt ja immer noch. Darf ich gar nicht... Darf ich nicht vergessen. Mein nicht. So, hier lang, da lang. Zack, nach oben. Wapps. Ist hier noch irgendwas Spannendes, was mich interessieren könnte? Nein, das sieht nicht so aus. Oder etwa doch. Na doch, das könnte mich doch tatsächlich vielleicht interessieren. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt hier... Ob ich jetzt hier gewollt lang muss, oder nicht gewollt. Das ist immer die Frage bei dem Spiel. Ist das jetzt so richtig, oder ist das ein Secret? Oh, da ist gerade eine Ratte verfetzt worden. Warte mal, Moment, kleiner Blick bitte. Oh. Da ist eine Wache drin. Das erkenne ich schon mal direkt. Oder? Oder sind da die Laser, die so... Ah, okay, das ist das Licht. Nur das Licht, Stefan. Nur das Licht. Na, dann schieben wir mal das ganze Fass da rein. Mit der B-Taste. Muss gar nicht so einen Moment dauern, ne. Kennt man ja von zu Hause, wenn man so ein Fass schiebt. Das macht ihr ja bestimmt auch ständig. So, und das Ganze ist nur ein Sekret. Also, was heißt nur? So, da oben ist nämlich was versteckt. Was ich gerne hätte. Hallo? Hallo? Na, machen wir das Ganze. Na, jetzt mach ich aber auch.